Geht los, heul dich um, super! Was habt ihr eigentlich? A.D. A.P. oder A.D. A.P. Ist wieder voll laut, mach dich leiser! A.L.T. Okay, Moment. Jetzt! Perfekt! Töte ich zwei Mal noch, aber egal. Zwei, Mann! So! Ich will mal Toastkümmel, ist ja ekelhaft! Was machst du? Ich will mal Toastkümmel! Jetzt kommt ja bald, Alter! Da ich bin aufkommen, jetzt nicht! A.D. 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 sind der der mitspielen wollte das war auch so noch mal gerettet noch mal die wir wollen das ist ein netter Junge und die Aluminium die Peter so kein Bock ein Kritz zu kassieren die Rockets sehen voll geil aus mehr nach der machte die Zeit Schnellen Schnellen Die sind ja richtig schön aus Guckt euch mal nach Warte, guckst du dir die Raketen an? Ok, mach Nein, tatsächlich Nicht schlecht Ich wusste gar nicht, dass daheim mal neue Raketen bekommen wird Das hab ich auch nicht los Man treibt halt an Schaden, ey Das ist so lächerlich Das ist kein Crit-GP, das ist ein Schien-GP Warum crittert der dann? Der crittert nicht, das ist ein normaler Normaler Kuh Ja, am Arsch normaler Kuh, ey Wow Fuck, ey Wickt euch doch Ich hab da nicht mehr drauf geachtet Wie? Wann? Auf die Diana Oh, ja, schneller, bitte, ey Das hat auch nur mal Was ist da los, ey? Was ist da los? Loll Deine Raketen kann auch Boxen treffen Ja, natürlich Wie lächerlich Wieso lebt? X-Hacker-Boxen Hm, ich werde das alles finden Hm, ich werde das alles finden Treffen da hin Da meinst du? Noll? Ich will den Freunde Alter Lack-Wa-Mor bitte Lack-Wa-Mor bitte Das ist jetzt Quatsch Ja, natürlich Das ist ja gar nicht zu schlecht an sich Irgendwann wird auch ein bisschen langweilig Einmal wird auch ein bisschen langweilig Einmal haben wir alles hochrauben Viel Das Quatsch Runden, tanken Das so Danke 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 Ich hab' gar nichts gemacht, wirklich Verfremd ist das, bekommen wir gar nichts Ich hab' mal zu gucken Ich dachte, das ist mehr wert, ich mach' auch Mana wieder Da geht's hier Ich hab' eh' eine OP hier Ja, scheiß Banane Auch gar nicht der Frischsektor, keine Banane Das sieht was gut Ja, sehr interessant Ja, genau More range please Das ist so lächerlich Das ist so lächerlich Ich hab' noch nicht Ich hab' noch schlimmer Das ist immer noch schlimmer Das ist immer noch schlimmer Das ist immer noch schlimmer Alter, wie viel Schaden macht ihr Ult, bitte. Nein, der hat nur 25, okay. Ja, Sinn mit Black Cleaver ist so OP. Anders schon wegen seiner passiven Mono. Warum er nicht auf den GP geht? Warum geht er nicht auf den GP? Dead Shaco. Zu gut, oder? Da legt eine Box irgendwo in den Pampo. Aber meine Box macht ihr das mal. Mein Mann macht euch nur ein Achtermensch. Voll OP und so. Ja, hau ihn weg. Da ich vollständig. Nun gut, nein. Bin es nicht. Gebet es nicht. und im kurs danke bitte was die hat schon die Maske alter die lol kostet die nicht viel oder was? 2000 oder so oder so? 2.100 glaube ich insgesamt was hatten die für Probleme bitte? ja auf wen sollten wir denn uns fokussieren? ha 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 der Amu ich glaube der hat sein Leben der ist nicht ich weiß die Fälle echt waren aber bei der waren tot ja gut da sind zwei Boxen mach die Boxen kaputt und sie geben Gold ja ich geh da nicht in einen mehr näher ran schloss ich hab noch mal OP 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 die war aber schnell weg Gott ich hätte echt gedacht die hätten die wurden das besiegen nur das 4 gegen 5 war halt das schwere ja das ist wirklich ein purer kripp 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 oh nice das ist doch sicherlich ey wenn die, wenn die ran springt dann ficke ich sie aber ich brauch jetzt halt meine Mama du wolltest sie ficken? ja die kann man aber nicht sagen da ficke ich sie nicht oh fuck weg, weg, weg ich bin auf OP ich bin auf OP guck sie hat nur das man hier überlebt nein natürlich ey sie überleben alle nur wegen mir natürlich meine Rocks waren 285 Schaden so zu reden, sonst hättest du anders werden würdest du dir ernst meinen tschüss tschüss papissich alter ich dachte grad du, du hattest jetzt irgendwelche ich dachte grad du hattest irgendwelche nö nö bitte merkest du mert ey ein ne 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 ich mich jetzt auf das du da rehaalte ich aber naja geh doch weg du dumme schlampe ey ein Prozent Apropos 2010 mit meinem Weg und auch von mir gehört mir mit der Kerstin später auf und mit der Siebette das ist da geht Scheißer Dreckschild Zitat Hahahaha Ich weiß wo die Box zielen Noool, wie sieht das die Box stört? Also traurig Mann, ich wollte Kills zielen Loll Ist ja voll lol Wreck, wreck um wenn das schluss die schaden und die bitte Ja, Tau hat mir 600 gemacht. Ich hätte nämlich auch niemals gekillt. Ich glaube in der Warmox. Warmox? Nicht ernähren. Warmox? Wann machten die bitte ihre Ulti, Alter? Das ist Soraka dumm im Kopf. Die hat ihr Ulti gemacht, während alle Full Life waren. Und während die Dings gestorben ist, der GP. Ja, sind halt Pro. Okay. Okay. Das Boxen. Alter, wieso werfen die eigentlich alles auf mich? Ich bin in der Welt. Wie die keine Redaktion. Wurrwürf. Wurrwürf. War der nötig? Ja, mein erster Neubert. Wo habe ich ihn? Na, mal da nicht nötig, dass man halt. Ja, 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 ja. Ich hab den Importen. 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 Gib jetzt nicht. Nein. Nicht jetzt wieder OP-Schaden. Nein. Gib jetzt nicht. Wow. Ja. Ich wollte sterben. Ja, natürlich. Das war Absicht. Total legitim und so. Hm... Das war alles außerordentlich. Das war alles... Das war alles passiert. Du hast ihn geblieben! Was ist das denn? Wayne wunderst! Du hast eine Burial! Du hast eine Burial! Du hast eine Burial! Du hast einen Spirgel! auf welches das ist ja gut das ist halt Heimerdinger, ok ich bin tot voll nicht, nicht unbedingt tschüss ok also deine Nasch deine Naschern natürlich Das ist noch ein GP, wa? Merke ich schon gar nicht mehr die ganze Zeit, weil er so schwach ist. Ja, das ist halt ein Kripp-Glank. Der kann einmal Kuhn mehr nicht. Obwohl, der hat sich ein Trinity geholt. Kann auch nicht mehr selber Kuhn. Ja, aber das sind das für Lappen. Oh, jetzt ist schon das Uhrzeit jetzt auch nicht. Lass mein Tau in Ruhe! Das gibt sein W zuerst hoch, der Gang-Glank. Q-W-E macht der. War nicht schlecht. Der hat gerade 200 geheilt. So ein Mongo. Ja, das ist natürlich Fell, ne? Wieso dann noch mal gestern? Ich bin tot. Hand me! Kann nichts machen! Nein, Shaco! Oh, danke! Komm her! Komm her! Komm her, Deiner! Pratzen mehr! 2.50. Kann auch sein, dass sich hier nochmal hielt. Kann auch sein, dass sich hier nochmal hielt. Ne, ne, ne. Nicht auf die Beine. Ne. 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 2.50. Warte, ich killstiel im Moment. Scheiße. Hetzt du die Maske jetzt? Nee, komm. Alter, kann der mich jetzt erstmal in Ruhe lassen? Ne. 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 Ne, ne. 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 danke und vor allem und die Verkaufgabe ja um zurück ich hatte Angst ich hatte so große Dauer